Hallo! Hallo! Herzlich willkommen! Herzlich willkommen! Sie sind jederzeit willkommen! Hallo meine Damen und Herren! Willkommen in Deutschland! Guten Abend! Guten Abend! Schönen guten Tag! Guten Rutsch! Guten Rutsch! Guten Appetit! Schönen guten Abend! Schönen guten Abend! Tschüss! Tschüss! Auf Wiedersehen! Bis bald! Auf Wiedersehen! Bis bald! Auf Wiedersehen und gute Besserung! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Freut mich, Sie kennen zu lernen! Freut mich, Sie kennen zu lernen! Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut, danke! Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? War nett mit ihm zu plaudern! War nett mit ihm zu plaudern! Was meinst du damit? Was meinst du damit? Ich verstehe nicht! Ich verstehe nicht! Ich weiß nicht! Es tut mir leid! Entschuldigen Sie bitte! Entschuldigen Sie bitte! Bitte! Wie heißt das auf Deutsch? Woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Ich komme aus Amerika! Ich komme aus Amerika! Was machen Sie beruflich? Was machen Sie beruflich? Kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen helfen? Können Sie mir helfen? Können Sie mir helfen? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Frohes neues Jahr! Frohes neues Jahr! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Viel Glück! Viel Glück! Viel Glück und Erfolg! Gute Reise! Gute Reise! Mein tiefstes Beileid! Herzliches Beileid! Herzliches Beileid! Machen Sie weiter! Machen Sie weiter! Machen Sie weiter! Machen Sie weiter! Was ist das hier? Was kostet dies? Was kostet dies? Geht es? Ich brauche einen Arzt! Helft mir! Mir ist schlecht! Ruf einen Krankenwagen! Ruf einen Krankenwagen! Ruf die Polizei! Alles wird gut! Völlig in Ordnung! Völlig in Ordnung! Alles Gute! Nicht in Ordnung! Da stimme ich ihm zu! Da stimme ich ihm zu! Ich stimme nicht zu! Ich stimme nicht zu! Ich bin nicht lerer Meinung! Ich bin nicht lerer Meinung! Na gut, meinetwegen! Alles ist klar! Alles ist klar! Alles ist klar! Haben Sie einen Termin? Haben Sie einen Termin? Haben Sie einen Termin? Haben Sie ein Problem? Beruhigen Sie sich! Beruhigen Sie sich! Halt den Mund! Halt den Mund! Halt den Mund! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Nimm dir die Zeit! Nimm dir die Zeit! Nimm dir die Zeit! Mach es dir bequem! Mach es dir bequem! Lass uns in Kontakt bleiben! Lass uns in Kontakt bleiben! Ich habe ein schlechtes Gewissen! Ich habe ein reines Gewissen! Ich habe ein reines Gewissen! Das reicht! Das ist allerdings nicht genug! Mach es dir nicht so schwer! Was ist bloß? Mach dir keine Sorgen! Mach nichts! Halt die Fresse! Halt die Fresse! Mach es gut! Mach es gut! Pass auf dich auf! Pass auf dich auf! Keine Sorge! Hör auf! Hör auf! Lass den Quatsch! Lass den Quatsch! Lass den Quatsch! Lass den Quatsch! Was glaubst du eigentlich wer du bist? Ich will nicht mit dir reden. Willst du mich veräppeln? Das geht dich nichts an. Das geht dich nichts an. Gehweg. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Alles Gute zum Fest. Alles Gute zur Hochzeit. Alles Gute zur Hochzeit. Vielen Dank für alles. Vielen Dank für alles. Danke mein Freund. Danke mein Freund. Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank für Ihr Interesse. Danke der Nachfrage. Vielen Dank für Ihre Mühe. Vielen Dank für Ihre Mühe. Vielen Dank für deine Zeit. Danke für das Kompliment. Danke für das Kompliment. Nichts zu danken. Nichts zu danken. Du bist dran. Du bist dran. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Außer Kontrolle geraten. Außer Kontrolle geraten. So weit, so gut. So weit, so gut. Misch dich nicht ein. Misch dich nicht ein. Mach keinen Witz. Mach keinen Witz. Bis morgen. Bis morgen. Leb wohl, vielleicht sehen wir uns wieder. Leb wohl, vielleicht sehen wir uns wieder. Muss ich lange warten? Ich erwarte deinen Anruf. Jetzt möchte ich mich verabschieden. Jetzt möchte ich mich verabschieden. Ich warte hier auf Sie. Ich warte hier auf Sie. Wie kann ich dich wiedersehen? Es tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Komm nicht zu spät. Komm nicht zu spät. Ich habe deinen Chat schon genossen. Ich habe deinen Chat schon genossen. Schön, mit dir zu reden. Schön, mit dir zu reden. Das Nachtstimal kommen Sie zu mir. Schlaf gut, Träum was Schönes. Schlaf gut, Träum was Schönes. Bis nachher. Bis nachher. Bis nachher. Einen Augenblick bitte. Einen Augenblick bitte. Nichts passiert. Nichts passiert. Bist du beschäftigt? Bist du beschäftigt? Fühlst du dich wohl? Fühlst du dich wohl? Bist du heute Abend frei? Bist du heute Abend frei? Bist du hier alleine? Bist du hier alleine? Bist du hungrig? Bist du hungrig? Sind sie verheiratet? Sind sie verheiratet? Bist du so weit? Bist du so weit? Es ist so weit. Es ist so weit. Aber ich hätte das nicht erwartet. Aber ich hätte das nicht erwartet. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich möchte mich verabschieden. Ich möchte mich verabschieden. Unser Weg ist zu Ende. Unser Weg ist zu Ende. Es ist schön von dir, das zu sagen. Es ist schön von dir, das zu sagen. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich verspreche, dass es nie wieder vorkommt. Überrascht sie das? Überrascht sie das? Ich bin echt überrascht. Ich bin echt überrascht. Ich bin schockiert. Das läuft hier gegen meinen Willen. Das läuft hier gegen meinen Willen. Ruf mich an. Ruf mich an. Warte mal. Warte mal. Ich habe so lange auf dich gewartet. Ich habe so lange auf dich gewartet. Was war dein erster Eindruck von mir? Was war dein erster Eindruck von mir? Wie ist deine Telefonnummer? Was ist deine E-Mail-Adresse? Was ist deine E-Mail-Adresse? Bitte rufen Sie mich zurück um 6 Uhr. Bitte rufen Sie mich zurück um 6 Uhr. Aber ich habe meine Meinung geändert. Aber ich habe meine Meinung geändert. Lauter sprechen. Lauter sprechen. Hör auf. Hör auf. Cool bleiben. Cool bleiben. Mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Hebe deine Hand hoch. Hebe deine Hand hoch. Er tat so, als ob er mich nicht kennt. Er tat so, als ob er mich nicht kennt. Mach dir keinen Kopf. Mach dir keinen Kopf. Mach langsamer. Er ist anders als seine Freunde. Schäm dich. Schäm dich. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Die Nase ist voll. Die Nase ist voll. Sobald wie möglich. Sobald wie möglich. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Du siehst wirklich schön aus. Du siehst wirklich schön aus. Es ist mir egal. Es ist mir egal. Du widerspreche dir. Du widerspreche dir. Fehrasch mich nicht. Fehrasch mich nicht. Ich wünsche ihr Hennen alles Gute. Ich wünsche ihr Hennen alles Gute. Sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Sei vorsichtig. Sei doch vernünftig. Sei doch vernünftig. Komm doch mit. Komm doch mit. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Ein Auto ist mir zu teuer. Ein Auto ist mir zu teuer. Ich habe Pech. Ich habe Pech. Ich gebe auf. Zu Befehl. Deine Wünsche ist mir Befehl. Ich komme gleich. Es stinkt. Es stinkt. Es riecht gut. Es schmeckt mir gut. Ich bin verwirrt. Ich habe Angst vor der Prüfung. Ich habe Angst vor der Prüfung. Ich habe die Prüfung bestanden. Ich habe die Prüfung bestanden. Ich kann die Gründe nicht feststellen. Ich kann die Gründe nicht feststellen. Ich kann das nicht mehr aushalten. Ich kann das nicht mehr aushalten. Ich komme vor Langweile bald um. Ich komme vor Langweile bald um. Wie bitte? Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Was haben Sie gesagt? Ich kann nicht weiter. Ich kann nicht weiter. Ich kann nicht mehr aushalten. Ich kann nicht mehr aushalten. Fahr vorsichtig. Fahr vorsichtig Verlassen Sie sich darauf Verlassen Sie sich darauf Sei immer nett Sei immer nett Sei immer höflich Kommen Sie gut nach Haus Besuchen Sie uns bald wieder Besuchen Sie uns bald wieder Sei nie frech Sei nie frech Sei nie unehrlich Sei nie unehrlich Fang an Fang an Ruf an Ruf an Komm dich Wasch dich Wasch dich Wasch dich Rasier dich Rasier dich Von Zeit zu Zeit Von Zeit zu Zeit Zur falschen Zeit Zur falschen Zeit In absehbarer Zeit In absehbarer Zeit Vor kurzer Zeit Vor kurzer Zeit Vor kurzer Zeit In letzter Zeit In alter Zeit In längere Zeit In unserer Zeit In unserer Zeit In unserer Zeit In unserer Zeit Kein lang Alles ist möglich Alles wieder gut Alles wieder gut Alles bestens Alles hat ein Ende Alles klar Ohne jede Änderung Jede halbe Stunde Jede halbe Stunde Jede Kleinigkeit Jede Kleinigkeit Jeder hat seine Zeit Jeder hat seine Zeit Zu jeder Stunde Zu jeder Stunde Jeder Zeit will kommen Jeder Zeit will kommen Wer ist das? Wer ist das? Bis der Vorrat aufgebraucht Bis der Vorrat aufgebraucht Bis jetzt Bis jetzt Bis zum Ende Bis zum Ende Bis zu diesem Zeitpunkt Bis kurz vor knapp Bis kurz vor knapp Bis zum Folgetag Bis zum Folgetag Bis dahin Bis dahin Wessen Idee ist das? Wessen Idee ist das? Wessen Idee ist das? Das ist eine gute Idee Das ist eine gute Idee Ist das wirklich eine gute Idee? Ist das wirklich eine gute Idee? Ich wüsste nichts besseres Ich wüsste nichts besseres Ich wüsste nichts besseres Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Komm her Komm her Komm her Komm rein Komm rein Komm rein Komm heile zurück Komm heile zurück Komm heile zurück Möglichst bald Möglichst bald Ja, du hast recht Ja, du hast recht Er kommt bald Er kommt bald Er kommt bald Er kommt bald Hast du Hunger? Hast du Hunger? Er ist sehr berühmt Er ist sehr berühmt Er ist sehr berühmt Er hat die Hand im Spiel Er hat die Hand im Spiel Er hat die Hand im Spiel Viel Spaß Viel Spaß So ein Zufall So ein Zufall Das ist sehr berühmt Schöner Zufall Schöner Zufall Schöner Zufall Komischer Zufall Komischer Zufall Komischer Zufall Komischer Zufall Komischer Zufall So ein Unsinn So ein Unsinn. Geh weg. Geh weg. Geh schlafen. Geh schlafen. Geh schlafen. Weg werfen. Ich nehme es. Ich zahle. Ich zahle. Mir ist kalt. Mir ist kalt. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich habe Durst. Ich habe Durst. Ich bin froh. Ich bin froh. Das ist gut. Das ist gut. Zutritt verboten. Zutritt verboten Rauchen ist verboten Rauchen ist verboten Warte Warte Genieße deinen Tag Seien Sie pünktlich Seien Sie nicht dumm Seien Sie nicht dumm Du bist so faul Du schläfst so lang Du kommst zu spät Du kommst zu spät Du lasst so laut Du sprichst so leise Du trinkst zu viel Du trinkst zu viel Du rauchst zu viel Du rauchst zu viel Du arbeitest zu viel Du fährst zu schnell Du fährst zu schnell Schreibt die Hausaufgabe Schreibt die Hausaufgabe Hört mich gut Hört mich gut Seid geduldig Seid geduldig Es ist schön Wie ist Wetter heute draußen? Wie ist Wetter heute draußen? Es ist warm Es ist warm Es ist warm Das Wetter ist mild Das Wetter ist mild Das Wetter ist mild Die Luft ist frisch Die Luft ist frisch Das Wetter ist kühl Das Wetter ist kühl Das Wetter ist kühl Der Wind weht vom Meer Der Wind weht vom Meer Der Sommer ist heiß Der Sommer ist heiß Der Sommer ist heiß Der Sommer scheint die Sonne Der Winter ist kalt Der Winter ist kalt Im Sommer gehen wir gern spazieren Im Sommer gehen wir gern spazieren Im Winter bleiben wir gern zu Hause Im Winter bleiben wir gern zu Hause Im Winter bleiben wir gern zu Hause Das sind die Jahreszeiten Das sind die Jahreszeiten Das sind die Jahreszeiten Wie ist das Wetter heute? Wie ist das Wetter heute? Es regnet Es regnet Es ist windig Es ist windig Es ist warm Es ist warm Es ist sonnig Es ist heiter Es ist heiter Es ist heiter Es ist kalt heute Es ist kalt heute Es ist warm heute Es ist warm heute Es ist bewölkt Es ist bewölkt Es ist windig Nasses Wetter Können Sie einen Arzt rufen? Ja, gern Wann kommt der Zug an? Um 7 Uhr morgens Mir ist kalt, haben Sie eine Decke? Leider nicht LCH bedauere jäglichen Kummer, den meine Bemerkungen verursacht haben LCH bedauere jäglichen Kummer, den meine Bemerkungen verursacht haben Warum bist du müde? Denn ich konnte gestern nicht schlafen Denn ich konnte gestern nicht schlafen Sprechen Sie Deutsch Sprechen Sie Deutsch Ja, aber leider nur ein wenig Ja, aber leider nur ein wenig Wie findest du den Film? Wie findest du den Film? Ich finde den Film großartig Ich finde den Film großartig Was ist deine Nationalität? Was ist deine Nationalität? Ich bin Ägypter Ich bin Ägypter Was ist deine Muttersprache? Was ist deine Muttersprache? Meine Muttersprache ist Arabisch Meine Muttersprache ist Arabisch Nicht traurig sein Nicht traurig sein Ich bin verheiratet Ich bin verheiratet Ich habe eine Überraschung für dich Ich habe eine Überraschung für dich Grüß deine Mutter Grüß deine Mutter Grüß deinen Sohn von mir Grüß deinen Sohn von mir Entschuldigung, ich habe dich nicht gehört Entschuldigung, ich habe dich nicht gehört Bist du beschäftigt? Bist du beschäftigt? Ja, ich habe viel Arbeit Ja, ich habe viel Arbeit Ich bin ledig Ich bin ledig Ich bin geschieden Ich bin geschieden Ich möchte ein Konto eröffnen Ich möchte ein Konto eröffnen Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen Ich möchte Geld von meinem Konto abheben Ich möchte Geld von meinem Konto abheben Ich möchte die Kontoauszüge abholen. Fehrasch mich nicht. So lasse ich nicht mit mir reden. Du widerspreche dir. Es gibt keinen Grund, so wutend zu werden. Es gibt keinen Grund, so wutend zu werden. Ich sage nicht außer die Wahrheit. Ich habe nichts weiter zu sagen. Das ist sehr nett von Ihnen. Wie schön von dir, mich zu besuchen. Alles ist gut gelaufen. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte. Davon habe ich nie gehört. Davon habe ich nie gehört. Wie klingt das? Das ist je interessant. Lange nicht gesehen. Lange nicht gesehen. Ich kann das noch gar nicht so richtig glauben. Das Jahr ist irgendwie so schnell vergangen. Das alles ist jetzt anders. Das kommt mir alles sehr bekannt vor. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hast du meine E-Mail bekommen? Hast du meine E-Mail bekommen? Hast du meine E-Mail bekommen? Ich schicke dir mal den Link. Ich schicke dir mal den Link. Das ist mir wirklich sehr peinlich. Hast du eine Wohnung gefunden? Hast du eine Wohnung gefunden? Das stimmt. Das stimmt. Ich suche eine Wohnung. Ich suche eine Wohnung. Wie viele Zimmer hat die Wohnung? Wie viele Zimmer hat die Wohnung? Wie hoch ist die Miete? Wie hoch ist die Miete? Wie hoch sind die Nebenkosten? Wie hoch sind die Nebenkosten? Haben sie eine freie Wohnung? Haben sie eine freie Wohnung? Wie viel kostet es pro Nacht? Wie viel kostet es pro Nacht? Wie viel kostet es pro Woche? Wie viel kostet es pro Woche? So ist das. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Fass das nicht an. Fass das nicht an. Überlass alles mir. Überlass alles mir. Lassen sie meinen Arm los. Lassen sie meinen Arm los. Gib niemals auf. Gib niemals auf. Jeden Mittwoch. Jeden Mittwoch. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Jeden Abend. Jeden Abend. Jeden zweiten Tag. Jeden zweiten Tag. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Jetzt zum Shop. Jetzt zum Shop. Es behrt mich. Es behrt mich. Es behrt mich. Es freut uns, sie einzuladen. Es freut uns, Sie einzuladen. Es geht mir auf den Keks. Nachbegrüßen. Könnten Sie das bitte wiederholen? Können Sie mir bitte Ihre Nummer geben? Können Sie mir bitte Ihre Nummer geben? Bitte schinken Sie mir eine SMS. Wir möchten nach Hause fahren. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Ich erwarte deinen Anruf. Ich erwarte deinen Anruf. Jetzt möchte ich mich verabschieden. Jetzt möchte ich mich verabschieden. Wir wollten nur auf Wiedersehen sagen. Wir wollten nur auf Wiedersehen sagen. Wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Es geht um Folgendes. Es geht um Folgendes. Auf geht's zur Arbeit. Auf geht's zur Arbeit. Morgen geht es bei mir nicht. Morgen geht es bei mir nicht. Es geht mir recht gut. Es geht mir recht gut. Momentan gibt's keine. Momentan gibt's keine. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass es dich gibt. Je nach den Möglichkeiten. Je nach den Möglichkeiten. Kenne ich dich? Kenne ich dich? Tut mir nicht weh. Tut mir nicht weh. Mir dreht sich alles im Kopf. Mir dreht sich alles im Kopf. Ich kann nicht gut atmen. Ich kann nicht gut atmen. Ich kann meine Hand nicht bewegen. Ich kann meine Hand nicht bewegen. Mir ist nicht gut. Mir ist nicht gut. Muss ich ins Krankenhaus. Muss ich ins Krankenhaus. Fuhlen Sie meinen Puls. Fuhlen Sie meinen Puls. Ich brauche einen Facharzt. Ich brauche einen Facharzt. Ich habe keinen Appetit. Ich habe keinen Appetit. Nehmen Sie das Rezept. Nehmen Sie das Rezept. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Mein Zahn tut weh. Mein Zahn tut weh. Tut es weh? Tut es weh? Wie viel kostet es? Wie viel kostet es? Wann macht die Klinik morgens auf? Wann macht die Klinik morgens auf? Wann muss ich in die Klinik noch einmal? Wann muss ich in die Klinik noch einmal? Gibt es hier eine Apotheke? Gibt es hier eine Apotheke? Ich hätte gern feine Aspirinschachtel. Ich hätte gern feine Aspirinschachtel. Wie kann ich es benutzen? Wie kann ich es benutzen? Ich habe Fieber. Ich habe Fieber. Haben Sie ein Linderungsmittel? Haben Sie ein Linderungsmittel? Soll ich einen Arzt zu Rate ziehen? Soll ich einen Arzt zu Rate ziehen? Soll ich ins Krankenhaus? Soll ich ins Krankenhaus? Ich schlafe zu wenig. Ich schlafe zu wenig. Ich habe Schmerzen. Ich habe Schmerzen. Ich bin krank. Ich bin krank. Soll ich geröntgt werden? Soll ich geröntgt werden? Soll ich geröntgt werden? Wird meine Temperatur gemessen? Wird meine Temperatur gemessen? Ist eine Operation notwendig? Ist eine Operation notwendig? Machen Sie einen künstlichen Zahn. Machen Sie einen künstlichen Zahn. Ich brauche ein Gebiss. Ich brauche ein Gebiss. Kann ich mit dem gut essen? Kann ich mit dem gut essen? Das ist nett. Das ist nett. Du siehst sehr gut aus. Die Farbe steht dir wirklich gut. Dein Outfit ist echt cool. Dein Outfit ist echt cool. Was für eine nette Wohnung. Was für ein wunderschönes Zimmer. Was für ein wunderschönes Zimmer. Was für eine herrliche Aussicht. Was für eine herrliche Aussicht. Dieser Ort hat eine tolle Atmosphäre. Dieser Ort hat eine tolle Atmosphäre. Es ist voller Leben. Es ist voller Leben. Er ist so still und friedlich. Er ist so still und friedlich. Das ist köstlich. Das war ein tolles Essen. Du musst mir unbedingt das Rezept verraten. Du musst mir unbedingt das Rezept verraten. Dein Deutsch ist wirklich gut. Dein Deutsch ist wirklich gut. Wo hast du gelernt, so gut Deutsch zu sprechen? Ich wünschte, ich könnte so gut Deutsch wie du. Ich wünschte, ich könnte so gut Deutsch wie du. So etwas habe ich mir schon immer gewünscht. So etwas habe ich mir schon immer gewünscht. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Sie sind so freundlich. Sie sind so freundlich. Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Sie waren mir eine riesige Hilfe. Sie waren mir eine riesige Hilfe. Danke, dass Sie sich so viel Zeit für mich genommen haben. Danke, dass Sie sich so viel Zeit für mich genommen haben. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich dein Handy verwende. Entschuldigung Sie uns bitte, für die Ablehnung. Entschuldigung Sie uns bitte, für die Ablehnung. Du musst mir unbedingt das Rezept verraten. Das Sofa ist wirklich bequem. Das Sofa ist wirklich bequem. Er ist so still und friedlich. Entschuldigung Sie bitte, aber das ist, so meine ich, keine normale Verfahrensweise. Ich bitte Sie um Verzeihung. Ich bitte Sie um Verzeihung. Es tut mir leid für die Spätung. Es tut mir leid für die Spätung. Es war meine Schuld. Wahrscheinlich ist es alles meines Schuld. Wahrscheinlich ist es alles meines Schuld. Das ist alles meine Schuld, dass ich nicht gut studiere. Das ist alles meine Schuld, dass ich nicht gut studiere. Wir haben Lust. Wir haben Lust. Wir haben keine Lust. Wir haben keine Lust. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Er hat Zeit. Er hat Zeit. Er hat Zeit. Er hat keine Zeit. Er hat keine Zeit. Sie hat Langeweile. Sie hat keine Langeweile. Habt ihr Hunger? Ich finde dich süß. Ich finde dich nett. Darf ich dich zum Abendessen einladen? Ich mag dich. Ich mag deinen Stil. Du bist ein großartiger Vater. Du bist ein großartiger Vater. Wenn es dir wichtig ist, denn ja. Ich würde mich immer wieder für dich entscheiden. Ich würde mich immer wieder für dich entscheiden. Es ist ein Unfall passiert. Wo ist das nächste Telefon? Wir brauchen Hilfe. Ich suche eine Werkstatt. Ich brauche einen Abschlechtdienst. Ich habe kein Benzin mehr. Ihren Führerschein, bitte. Ihren Führerschein, bitte. Auf Wiedersehen. Ich schreibe es nicht. Ich bin ein Achtung. 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 Vielen Dank.